Michael Schumachers Tochter Gina feiert Traumhochzeit auf Mallorca.Gina Schumacher, Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher, heiratet am 28. September auf dem malerischen Familienanwesen auf Mallorca ihren Verlobten Ian Bethke. Anzeige.Gina Schumacher, die Tochter des Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, steht kurz vor einem der wichtigsten Tage ihres Lebens, ihrer Hochzeit mit Ian Bethke. Wie Bild.de berichtet, wird die Hochzeit am 28. September stattfinden. Erste Details zur Traumhochzeit von Gina Schumacher Zuvor berichtete bereits das Magazin Bunte von der Zeremonie von Michael Schumachers Tochter und verriet erste Details. So wird die Zeremonie unter freiem Himmel auf dem traumhaften Familienanwesen der Schumachers in den Bergen über dem Küstenort Port de Entrad X auf Mallorca stattfinden. Die Familie Schumacher erwarb das Anwesen im Jahr 2018 für beeindruckende 30 Millionen Euro. Gina und Ian, die sich auf einem Reiterhof kennenlernten und ihre Liebe zu Tieren, besonders zu Pferden, teilen, leben derzeit auf der Schumacher Ranch in Texas. An ihrem Hochzeitstag soll nichts dem Zufall überlassen werden, dafür haben Gina Schumacher und ihr Ian eine erfahrene Hochzeitsplanerin aus Norddeutschland engagiert. Für Port de Entrad X werden am 28. September angenehme 22 Grad erwartet. Die Gäste werden gebeten, sich entsprechend zu kleiden, lange Kleider für die Damen und keine Krawatte für die Herren. Für die Kinder wird während der Hochzeit ein Betreuungsservice angeboten, sodass die Eltern die Feier ungestört genießen können. Gina Schumacher feiert Traumhochzeit im engsten Kreis. Gina und Ian legen großen Wert auf romantische und persönliche Elemente bei ihrer Hochzeit. Laut Bunte wird Gina ein Hochzeitskleid im Bauhaus teil tragen und das Paar wird sich das Jahrwort unter einem Blumenbogen geben. Die Hochzeitsfeier wird auch eine Countryband beinhalten, die die Lieblingsmusik des Paares spielt. Außerdem können die Gäste am Hochzeitswochenende eine Quad-Tour machen und am Strand entspannen. Neben Mama Corinna und Bruder Mick befinden sich unter den Gästen enge Freunde und Bekannte der Schumachers sowie natürlich Michael Schumachers allerengster Vertrauenskreis. Ginas Onkel Ralf Schumacher ist mit seinem Partner Etienne ebenfalls angereist, der zuletzt mit dem öffentlichen Streit mit Ex-Frau Cora für Aufmerksamkeit sorgt. Traumhochzeit von Gina Schumacher verspricht Emotionen pur. Dass er seine geliebte Tochter nicht selbst zum Altar bringen wird, habe schon vor langer Zeit festgestanden. Diese besondere Ehre soll demnach Bruder Mick, 24, zuteil werden. Der ehemalige Rennfahrer von US-Team Haas reiste schon vor ein paar Tagen mit Modelfreundin Leila Hasanovic, 24, nach Mallorca. Ob Gina ihren weltbekannten Nachnamen behält oder sich knapp elf Jahre nach dem Skidrama um Papa Michael von ihm trennen wird, ist unklar. Kennengelernt hat sie ihre große Liebe 2017, seit mehr als einem Jahr sind die beiden verlobt. Für die 27-Jährige zog der Brite im Laufe der Zeit zunächst in die Schweiz, anschließend Ende 2022 sogar in die USA.